Hallöchen, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Milliken-Versuch, mit dessen Hilfe du die kleinstmögliche Ladung, nämlich die Elementarladung, bestimmen kannst. Für den Milliken-Versuch brauchst du zwei übereinander liegende Kondensatorplatten, zwischen denen eine elektrische Spannung U angelegt ist. Es sollte die Möglichkeit geben, sie nicht nur einzuschalten und auszuschalten, sondern auch ihren Wert und Polarität zu ändern. Zwischen den Kondensatorplatten befinden sich übrigens ganz normale Luft. Außerdem brauchst du einen Zerstäuber, mit dem du Öltröpfchen erzeugst und zwischen den Kondensatorplatten fallen lässt. Durch die Reibung beim Zerstäuben werden die Öltröpfchen elektrisch aufgeladen. Deshalb können sie natürlich von dem ebenfalls geladenen Plattenkondensator beeinflusst werden. Das wirst du ausnutzen. Die Öltröpfchen sind außerdem so klein wie eine handelsübliche Bakterie. Deshalb benutzt du neben einem Mikroskop auch eine Lichtquelle, die den Zwischenraum des Kondensators beleuchtet. Und zwar, weil die Öltröpfchen mit einem herkömmlichen Mikroskop kaum zu sehen sind. Durch die Beleuchtung des Zwischenraums wirst du im Mikroskop kleine Lichtbeugungscheibchen sehen und damit die einzelnen Öltröpfchen erkennen. Im Mikroskop ist eine Skala eingeblendet, mit der du die Position der Öltröpfchen messen kannst. Da du im Versuch die Fall- und Steigzeiten der Öltröpfchen bestimmen musst, brauchst du noch eine Stoppuhr. So, damit ist dein Versuch aufgebaut. Bevor du den Milliken-Versuch durchführst, musst du wissen, welche Kräfte hier im Werk sind. Du brauchst insgesamt vier Formeln, um die Elementarladung zu bestimmen. Erstens Formel für Gewichtskraft. M mal G. M ist die Masse, in deinem Fall die Masse des Öltröpfchens. Für den Milliken-Versuch wirst du die Masse umschreiben müssen, und zwar mit der Formel Rho mal V. Wobei Rho die Dichte des Öls ist. Und V das Volumen des Öltröpfchens. Und G ist die Fallbeschleunigung mit dem Wert 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Die Gewichtskraft beschleunigt die Masse immer zum Erdmittelpunkt. Ganz egal, was dir Axel Stoll erzählt. Zweitens Formel für elektrische Kraft. Q mal E. Q ist die Ladung. In deinem Fall die Ladung des Öltröpfchens. Und E ist das elektrische Feld, welches du mithilfe des Plattenkondensator erzeugst. Im Plattenkondensator ist es näherungsweise konstant und wird deine Öltröpfchen zur oberen oder zur unteren Platte konstant beschleunigen, je nachdem wie deine Platten geladen sind. Drittens. Eine Formel, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Stokesche Reibungskraft. 6 Pi mal Eta mal R mal V. Für Objekte, die kugelförmig sind. Der griechische Buchstabe Eta ist die sogenannte Viskosität und sagt dir, wie zähflüssig ein Stoff ist. Je zähflüssiger der Stoff ist, indem du ein Objekt bewegst, desto größer ist die Reibungskraft. In deinem Fall werden sich die Öltröpfchen in der Luft bewegen. Luft hat eine geringe Viskosität. Sie ist abhängig vom Druck und von der Temperatur. Deshalb nimm einen passenden Wert, falls er nicht vorgegeben ist. Bei 1 Bar Luftdruck und der Temperatur 0 Grad Celsius hat Eta den Wert 17,24 mal 10 hoch minus 6 Kilogramm Meter Sekunde. Bei Zimmertemperatur ist der Wert 18,24 mal 10 hoch minus 6 Kilogramm Meter Sekunde. Soviel zur Viskosität. Das kleine r ist der Radius des Öltröpfchens, da du annimmst, dass es näherungsweise kugelförmig ist. Und V ist seine Geschwindigkeit. Ach und eine solltest du nicht vergessen, die Reibungskraft wirkt immer entgegen der Bewegungsrichtung. Die letzte Formel, die du brauchst, wenn du einen genaueren Wert der Elementarladung haben möchtest, ist die Auftriebskraft. Das große V, verwechsel es nicht mit der Geschwindigkeit klein v, ist das Volumen der vom Öltröpfchen verdrängten Luft, also genau das Volumen des Öltröpfchens. Rho L ist die Dichte der Luft, bei 20 Grad Celsius beträgt sie 1,204 Kilogramm pro Kubikmeter. Und G ist wieder die Pfeilbeschleunigung auf der Erde. Wenn du nicht unbedingt den Nobelpreis für die genaueste Messung der Elementarladung bekommen möchtest, kannst du die Auftriebskraft auch vernachlässigen. Das liegt daran, dass die Dichte der Luft, die in der Formel für Auftriebskraft steckt, viel, viel kleiner ist als die Dichte des Öls, die in der Formel für Gewichtskraft vorkommt. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn die Gewichtskraft auf ein Olivenölmonstertropfen mit dem Volumen 1000 Kubikzentimeter und einer Öldichte von 1052 Kilogramm pro Kubikmeter überragende 10,32 Newton beträgt, dann ist seine Auftriebskraft in der Luft, gerade mal 0,01 Newton. Merkst du, wie winzig die Auftriebskraft gegenüber der Gewichtskraft ist? Ob du sie beachtest oder nicht, macht hier kaum einen Unterschied. Beim Zerstäuben werden nicht alle Öltröpfchen gleich aufgeladen. Deshalb hat jedes von ihnen unterschiedliche elektrische Eigenschaften, was dazu führt, dass sie verschiedene Bewegungen ausführen. Die, die eine große Ladung haben, bewegen sie schnell im elektrischen Feld, die die kleine Ladungsmenge besitzen, bewegen sich langsam. Manche von ihnen sind sogar gar nicht geladen, d.h. sie fallen einfach durch Einwirkung der Schwerkraft nach unten und werden durch das elektrische Feld des Plattenkondensators nicht beeinflusst. Positiv und negativ geladene Öltröpfchen dagegen erfahren neben Schwerkraft auch elektrische Kraft. Soweit zu den Grundlagen. Es gibt grundsätzlich zwei Methoden zur Bestimmung der Elementarladung. Die eine heißt Gleichfeldmethode, die andere die Schwebemethode. Dein grundsätzliches Ziel ist es, die Ladung Q des Öltröpfchens zu bestimmen und daraus dann die kleinstmögliche Ladung, die Elementarladung, zu finden. Bist du bereit? Schauen wir uns zuerst die Schwebemethode an. Bei dieser Methode bringst du ein Öltröpfchen zum Schweben und lässt es dann fallen. Benutze den Zerstäuber, um geladene Öltröpfchen zwischen die Kondensatorplatten zu sprühen. Schalte deine Spannungsquelle so an, dass die obige Platte positiv und die unteren negativ geladen ist. Dadurch werden negativ geladene Öltröpfchen von der oberen Platte angezogen und von der unteren abgestoßen. Insgesamt zeigt die elektrische Kraft auf sie nach oben. Sie wirkt in diesem Fall der Schwerkraft entgegen, welche nach unten zeigt. Wenn du für ein noch genaueres Ergebnis die Auftriebskraft berücksichtigen möchtest, sie wirkt immer entgegen der Schwerkraft, hier also in die gleiche Richtung wie elektrische Kraft. Solange sich das Öltröpfchen bewegt, wirkt natürlich noch die Reibungskraft. Aber du willst ja gleich einen Schwebezustand einstellen. Wenn du das schaffst, steht das Öltröpfchen still, es reibt also gar nichts mehr. Daher ist die Reibungskraft Null und du brauchst sie in diesem Versuchsteil nicht zu beachten. Du hast also verschiedene Kräfte, die in entgegengesetzte Richtungen zeigen. Wenn die Kräfte, die nach oben zeigen, genauso stark sind wie die Kräfte nach unten, hat sich dann Kräftegleichgewicht eingestellt. Also um das Kräftegleichgewicht herzustellen, veränderst du den Wert der elektrischen Spannung, dadurch verändert sich die elektrische Kraft. Stelle sie so ein, dass das Öltröpfchen einigermaßen schwebt. Es wird nicht einfach sein, denn die Öltröpfchen sind so klein, dass sie wegen der braunischen Molekularbewegung zittern. Und genau das ist ein Nachteil der Schwebemethode, weil es nicht einfach ist, einen super geilen Schwebezustand einzustellen. Dadurch wird der Messfehler größer. Betrachte pro Messung nur ein einziges Öltröpfchen, denn jedes von ihnen hat unterschiedliche Anfangsgeschwindigkeit. Weshalb sich bei jedem einzelnen von ihnen das Kräftegleichgewicht, also das Schweben, bei unterschiedlicher Spannung einstellen wird. Du kannst nicht alle Öltröpfchen gleichzeitig farzen, das geht einfach nicht. Deshalb konzentriere dich nur auf eines davon. Wenn du der Meinung bist, du hast den Schwebezustand einigermaßen einstellen können, dann merke dir den dazugehörigen Spannungswert U. Du hast ein Kräftegleichgewicht eingestellt, also hast du auch die Gleichung für den Schwebezustand. Schwerkraft ist gleich der elektrischen Kraft plus der Auftriebskraft. Soweit so gut. Setzt du die Formeln ein, dann hast du folgendes. Du suchst Ladung des Öltröpfchens, also forme die Gleichung nach Q um. Fallbeschleunigung G und Volumen V kannst du ausklammern. Dichte des Öls kannst du zwar im Neuland Internet nachschauen, aber das Volumen kennst du leider nicht. Du kannst jedoch annehmen, dass die Öltröpfchen näherungsweise kugelförmig sind. Das heißt, du schreibst das Volumen als Kugelvolumen, 4 Drittel mal Pi R hoch 3. Soweit so gut. Jetzt fehlen dir noch der Radius R und die elektrische Feldstärke E. Elektrische Feldstärke im Plattenkondensator lässt sich schreiben als Spannung pro Abstand der Kondensatorplatten, U durch D. Geil, denn die Spannung hast du eben gemessen und den Abstand kannst du leicht mit einem Lineal bestimmen. Ganz easy. Um den Radius des Öltröpfchens zu bestimmen, musst du noch eine weitere Messung durchführen. Dazu schaltest du die Spannungsquelle aus. Dadurch verschwindet die elektrische Kraft auf das Öltröpfchen und es fängt an, nach unten zu fallen. Weil es fällt, wirkt beim Fallen die Reibungskraft. Fast sofort stellt sich ein Kräftegleichgewicht ein, denn die Beschleunigung des Öltröpfchens durch die Schwerkraft nach unten erhöht die Geschwindigkeit und eine höhere Geschwindigkeit verursacht eine größere Reibungskraft. Es stellt sich eine konstante Fallgeschwindigkeit ein, wenn alle Kräfte sich gegenseitig ausgleichen. Mathematisch hast du die Gleichung, Schwerkraft ist gleich der Reibungskraft plus der Auftriebskraft. Benutze deine Stoppuhr, um die Fallzeit zu messen, die das Öltröpfchen braucht, um eine Strecke S beim Fallen zurückzulegen. Berechne aus diesen Messwerten jetzt die Fallgeschwindigkeit, als Strecke pro Zeit. Damit kannst du jetzt den Radius des Öltröpfchens bestimmen. Setze in die Gleichung fürs Fallen die jeweiligen Formeln für die Kräfte ein. Für das Volumen verwendest du wieder Kugelvolumen. Was du noch zur Ladungsbestimmung brauchst, ist ja der Radius des Öltröpfchens, also forme die Gleichung nach dem Radius R um. Setze diesen Radius in die Formel für die Ladung ein. Insgesamt hast du eine Formel für die Ladung des Öltröpfchens hergeleitet, die nur Größen enthält, welche du im billigen Versuch messen oder in einer Tabelle nachgucken kannst. Wenn du jetzt deine Messwerte einsetzen willst, schreibe die Geschwindigkeit als Strecke pro Zeit und du hast die gesuchte sexy Ladung des Öltröpfchens. Um damit die kleinstmögliche Ladung, nämlich die Elementarladung herauszufinden, fehlt allerdings noch ein Schritt. Aber zuerst zeige ich dir eine alternative Methode der Messung. Falls du keinen Bock auf noch mehr Formeln hast, dann kannst du, wie du hoffentlich weißt, hier zum übernächsten Abschnitt wechseln. Wenn du noch nicht genug hast, dann gönn dir die Gleichfeldmethode, die auch Zweifeldmethode genannt wird. Der Vorteil von ihr ist, dass du im Gegensatz zur Schwebemethode keinen zittrigen Schwebezustand einstellen musst. Dadurch reduziert sich natürlich der Messfehler. Benutze den Zustäuber und lass ein ausgewähltes Öltröpfchen zuerst langsam nach oben steigen, indem du einen geeigneten Spannungswert einstellst. Schwerkraft wirkt wie immer nach unten und wird durch Reibungskraft unterstützt, da die Reibungskraft entgegen der Bewegungsrichtung wirkt. Den beiden Kräften entgegen wirken die elektrische Kraft und die Auftriebskraft. Zwischen ihnen stellt sich im 0,x Kräftegleichgewicht ein. Das heißt, die Geschwindigkeit, mit der das Öltröpfchen steigt, ist konstant. Du hast also die Gleichung, Gewichtskraft plus Reibungskraft ist gleich elektrische Kraft plus Auftriebskraft. Miss die Zeit, die das Öltröpfchen braucht, um eine Strecke S beim Steigen zurückzulegen. Damit bestimmst du die Steiggeschwindigkeit V. Und jetzt kommt das Umpolen der Spannungsquelle ins Spiel. Lasse dabei den Spannungswert unverändert. Dadurch bleibt die elektrische Kraft auf dein Öltröpfchen gleich stark. Wirkt jedoch durch das Vertauschen der Pole jetzt nicht mehr nach oben, sondern nach unten. Das heißt, dein Öltröpfchen fängt an zu fallen. Da sich seine Bewegungsrichtung geändert hat, kehrt sich auch die Richtung der Reibungskraft um. Denn du weißt ja, Reibungskraft wirkt immer entgegen der Bewegungsrichtung. Insgesamt wirken Gewichtskraft und elektrische Kraft nach unten und ihnen entgegen wirken Reibungskraft und die Auftriebskraft nach oben. Wieder stellt sich nach kurzer Zeit ein Kräftegleichgewicht ein, sodass das Öltröpfchen mit konstanter Geschwindigkeit fällt. Miss wieder Zeit und Strecke, die das Öltröpfchen beim Fallen benötigt und bestimme damit die Fallgeschwindigkeit. So weit, so gut. Wie bei der Schwebemethode musst du zuerst irgendwie auf den Radius des Öltröpfens kommen, sonst bleibt er in der Gleichung für die Ladung unbekannt. Um den Radius zu berechnen, zieht die Gleichung fürs Steigen von der Gleichung fürs Fallen ab. Sowohl die Gewichtskraft als auch die Auftriebskraft fallen dabei heraus. Was übrig bleibt ist, zweimal elektrische Kraft ist gleich der Reibungskraft beim Steigen plus der Reibungskraft beim Fallen. Setze die jeweiligen Formeln ein. Elektrisches Feld ist, wie du weißt, Spannung pro Abstand. Klammere 6 Pi mal Eta mal R aus und formel nach dem Radius R um. So weit, so gut. Nimm jetzt entweder Steig- oder Fallgleichung und schreib sie mit den Formeln für die Kräfte aus. Dann musst du nur noch den Radius in die Gleichung einsetzen und nach der Ladung umstellen. Es ist ein bisschen mühselig, deshalb helfe ich dir dabei. Hauptsache, du gibst nicht auf. Der Unterschied zur Formel aus der Schwebemethode ist nur, dass dort die Steiggeschwindigkeit 0 ist. Wenn du möchtest, kannst du Geschwindigkeit noch schreiben als Strecke pro Zeit, sodass du ganz leicht deine Messwerte einsetzen kannst. Ob du Schwebemethode oder Gleichfeldmethode benutzt, bei beiden Methoden untersuchst du natürlich nicht nur ein einziges Öltröpfchen, sondern so viele wie möglich. Jedem untersuchten Öltröpfchen vergibst du eine Nummer. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und so weiter und trägst die Nummern auf der x-Achse auf. Auf der y-Achse trägst du die dazugehörigen ausgerechneten Ladungen des jeweiligen Öltröpfchens. Wenn du genügend Öltröpfchen gemessen hast, wirst du so ein ähnliches Diagramm sehen. Wie du siehst, besitzen die Öltröpfchen unterschiedliche Ladungen. Was dir auch auffallen muss, ist, dass die Ladungen nicht kontinuierlich verteilt sind. Es gibt Öltröpfchen, die um einen bestimmten Wert streuen, andere Öltröpfchen um einen anderen Wert. Zeichne waagerechte Hilfslinien auf genau die Werte, in deren Umgebung viele Messwerte liegen. Wenn du ausreichend viele Messungen gemacht hast, wirst du außerdem feststellen, dass der Abstand zwischen diesen Linien immer gleich ist. Was bedeutet das? Die Öltröpfchen können anscheinend nur vielfache einer kleinstmöglichen Ladungsmenge tragen. Diese kleinste Ladungsmenge nennen die Physiker daher Elementarladung, E. Ihren Wert kannst du ganz einfach an deinem Diagramm ablesen. Es ist der Abstand zwischen den Linien, also die Ladungsdifferenz. Sie hat den ungefähren Wert 1,6 mal 10 hoch minus 19 Gollum. Und den Wert hast du bestimmt schon in deiner Formelsammlung gesehen. Jetzt weißt du, wo der herkommt. Für die Physikgangster unter euch, die Bestimmung der Elementarladung geht noch präziser, wenn ihr die sogenannte Cunningham-Korrektur mit der Reibungskraft multipliziert. Dabei ist Lambda die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle, if you know what I mean. Die Korrektur verwendest du, weil die Formel der Stokeschen Reibungskraft eigentlich nicht für so winzige Objekte wie die Öltröpfchen geeignet ist. Und wer es super geil genau haben möchte, der muss sich den Quanten-Haul-Effekt anschauen. Aber bevor es so weit ist, gönn dir erstmal das Video zum klassischen Haul-Effekt. Übrigens, erinnerst du dich noch an den Fadenstrahlrohr-Versuch? Wenn nicht, dann zieh dir schnell das Video dazu rein. Mit dem Fadenstrahlrohr kannst du das Verhältnis Q durch M von geladenen Teilchen bestimmen. Zum Beispiel von Elektronen. Sie tragen die Elementarladung. Nachdem du mit dem Milliken-Versuch jetzt ihren Wert bestimmt hast, kannst du für Q einfach Elementarladung E einsetzen und zack, hast du die Elektronenmasse herausgefunden. Natürlich kannst du auf diese Weise auch andere geladene Teilchen vermessen. Und schon hast du ein Massenspektrometer. Aber das ist ein anderes Thema. So, das war's. Du kannst auch gerne die schöne Textversion zum Video nachlesen, ausdrucken oder sonst wie verwenden. Ansonsten wäre es cool, wenn du das Projekt unterstützt. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017